Es geht durch, okay, wir haben alle, komm schon, das muss es sein, das muss es sein, das muss es sein, okay, Leute, seid ihr ready? Wir machen direkt eine Multi. Okay. Meine Herz, drei Pots bei einer Multi. Aber super, seid ihr schon gut, destroyed another planet. Ich schau nicht, was passiert, ich habe Angst. Ah, beide weichen aus, ich habe es gehört. Goku, komm schon. Oh, es hilft mir sogar keiner, Fakeouts. Wir brauchen Fakeouts. Okay, seid ihr ready? Fakeout, kein Ding. Okay, immer noch kein Extreme, der auf 7 ist. Immer noch kein Extreme, der ich auf 7 habe. Jetzt ein Extreme, der ich auf 7 habe. Wieder ein Extreme, der ich bereits auf 7 habe. Okay, wie es aussieht, wird es voll Extreme sein. Uff. Den habe ich gerade auf 7 bekommen. Okay, wie es aussieht, sind diesmal wirklich keine Fakeouts dabei. Wieder keiner. Wieder keiner. Puh. Es muss Gohan kommen, wenn nicht, gehe eine Woche auf. Warum soll ich eine Woche aufgehen? Ja, okay, wenigstens 5 Sterne. Keine Ahnung, ob der dann gut ist oder nicht. Wie sind seine Buffs, wenn er auf 5 kommt? Rot oder grün Strike Defense. Ist alles oder nichts? Das Beste wäre, wenn jetzt einfach genau mit dem Ticket es kommt und wir haben es einfach. Und wir haben es einfach hinter uns, Leute. Okay. Ein Portman, du kannst mich mal. Ich meine, ist es ein Sparketicket? Ich weiß. Sperrt, du meinst nicht. Du meinst gemütet. Ja, ist es egal, egal. Also stimmt, es wäre gemütet worden, genau. Aber wir wollen es ja nicht gemütet haben. So schöne Animation, goldene Sparketanimation einfach. Also ergeben das keinen, ja. Jetzt kommen zwei A-Raw. Komm schon. Ist er jetzt wenigstens 5 Sterne? Ja, okay. Es tut so weh, es tut so weh. Komm schon. Komm schon, der letzte. Letzte Chance. Letzte Chance, Leute. Jetzt kommt's. Mach einen Neustart. Okay. 5 Pots. Kein Super Saijin. Komm jetzt. Komm jetzt, jetzt kommt's. Goku gewinnt direkt. Auch gut. Jetzt verwandelt er sich in den Super Saijin. Tu das sogar. Und jetzt. Es geht durch. Okay, wir haben alle. Komm schon. Das muss es sein. Das muss es sein. Das muss es sein. Oh, meine Fresse. Okay, also. Wie hoch, wie hoch ist die Chance, dass ich eigentlich von all diesen Charakteren, die gekommen sind. Kid Gohan, Kid Gohan, Kid Gohan. Den Gohan, den Gohan. Ach, so wird es jetzt insgesamt alle Müll. Oh ja, so sieht's aus. Alle Müll von vorne bis hinten einfach. Alle Müll. 8 mal 10% auf LF Gohan. Was soll ich sagen? Ich sag. Alter, Bandai gönnt einfach nicht mehr. Was soll ich tun? Bandai gönnt einfach nicht mehr. Leute, das war's jetzt mit dem Gohan. Hab ihn leider nicht bekommen. Von meiner Seite aus war's das jetzt. Hoffe, ihr habt mehr Glück. Und. Ciao. Ciao.